Das poetische Popquiz ist zurück in AFK Arena, wie auch bei den letzten Malen werden wir hier jeden Tag das Ganze zu 100% durchspielen, deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, ich habe letztens nochmal nachgeschaut, knapp 57% von euch, die sich regelmäßig meine Videos anschauen, haben meinen Kanal noch nicht abonniert, ihr kennt es wahrscheinlich auch von anderen YouTubern, die es euch immer erzählen, aber ich würde mich trotzdem mega über ein Abo freuen, es würde mich mega supporten und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und zwar, mit welchem Unterwettler ist die Fuchsbestie angeblich im Bunde? Hier haben wir Antwort D mit der guten Mihira, Frage Nummer 2, die Ulti von Atalia, in dem Fall handelt es sich um die erwachte Atalia, visiert Feindhelden mit welchem der folgenden Merkmale an, hier haben wir in dem Fall Antwort B mit die höchste Angriffswertung, Frage Nummer 3, welche Accessoires sind an dem Bein von Naroko festgemacht, hier haben wir Antwort A mit Glocken, Frage Nummer 4, welchem Helden schickt Damia jedes Jahr einen Brief, hier haben wir Antwort D mit dem guten Titus Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage für heute, ne wobei, ich habe noch für die Accounts von euch, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, noch eine weitere Frage, da gehen wir dann gleich aber nochmal auf einen anderen Account von mir und zwar machen wir erstmal kurz Frage 5, welche der folgenden Aussagen zu den passiven Effekten der Ultima von Safir, in dem Fall auch wieder die erwachte, trifft zu? Hier haben wir in dem Fall Antwort C, ihr Verbündeter empfängt Energie, wenn er angreift oder angegriffen wird und somit haben wir ja alle 5 Fragen richtig beantwortet, die erste Belohnung mit den 5 normalen Schriftrollen, die können wir einsammeln und dann würde ich sagen, switch ich nochmal ganz kurz auf einen kleinen Account von mir und gucken uns da auch nochmal die Frage an. Das hat nämlich immer was damit zu tun, wie weit ihr in AFK Arena seid, seid ihr noch nicht so weit, bekommt ihr dementsprechend auch mal ein oder zwei Fragen, die ein bisschen einfacher sind, so wie in dem Fall diese Frage, welchen Effekt hat der Brunnen der Vitalität im geheimnisvollen Labyrinth? Und hier für die Spieler, die schon das Spiel ein bisschen länger spielen, ist es natürlich ganz einfach, füllt 50% der Gesundheit wieder auf, ist die richtige Antwort, also somit haben wir das Ganze auf jeden Fall durchgespielt, auch hier kann ich natürlich dann nochmal die 5 Schriftrollen einsammeln, wir sehen uns natürlich dann morgen zu Tag 2, macht es bis dort dann auf jeden Fall gut Leute und ciao!